Willkommen Freunde zu einer neuen Folge TTT und wir haben hier gerade einen geheimen Eingang gefunden. Oder Ausgang. Wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Alter, krass. 1 auf die 2 gedrückt. Geheimratsecken oder was? Was macht ihr denn dann hier? Du bist in meinem Partner genau richtig. Jetzt habt ihr nicht zugemacht. Dennis, Ron Sir, Ron Sir. Wo bist du? Achso, war schon gut. Ja, ist schon gut. Ja, Tobi und ich sind Spectator. Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Ich hör zu einer neuen Folge TTT. Tut mir nur leid für den Witz in der letzten Folge. Alter. Und dass ich mich ganz ehrlich entschuldige, damit koche ich den voll hoch, den Witz eigentlich. Ich hätte ihn einfach lassen sollen. Dann machst du voll nicht extra. Ne. Äh, doch, nein. Also hier gibt es anscheinend einen geheimen Raum. Ich verstehe das aber auch noch nicht. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingestellt habt hier bei einer neuen Folge TTT und ich bin jetzt ruhig. Achso. Dennis, ey der Dennis hier spielt ja auch mit, ey geil. Aber wofür ist der Raum denn jetzt hier? Hallo Patrick. Ja hier, guck mal. Hier steht Danger, ne? Und dann kannst du, wenn du dich in diese Ecke stellst, dann kannst du fliegen. Geil, ne? Das geht ja gar nicht. Ich weiß. War nur ein Scherz. Du hast mir auch eine rosa Ponik versprochen. Was? Wo? Wo ist das rosa Ponik? Ey, geh nochmal auf den Weg. Was? Guck mal hier. SG1. G2. Ehr elektrisch. Ey. Wolltest du das toll grad zu machen? Ja, ich hab's versucht. Voll geil. Guck mal, wenn die jetzt sich töten, dann sehen wir das, ey. Ja, geil, ne? Ich weiß genau, wo ihr seid. Was ist das hier oben? Main Intense. Ey guck mal, da ist gar kein Null drauf. SG1, SG2, wir machen mal eins hier oben, Mann. Ey, ja. Nein, ich mein Main Intense. Was machen die beiden hier drin? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ach, die kommen wir rein. Hallo. Das war geil hier. Nix, wir machen nix. Was denn? Wir hatten dann hier switch den Kameras. Opa. Siehst du jetzt erst? Wie kann man... Opa. Der Bauchschmerz. Das ist aber nicht nur einmal. Tobi, achso Tobi ist Spectator. Wie sieht das aus, wenn Reinhard Kallmund mal aufm Bord muss? Willst du das gießen? In der Regel schon. Boah. Guck mal hier so voll die geile Konsole und dann so ein Joystick so, weißt du? Ja. Voll geil, ey. So ein Joystick, ey. Komm hier rein. Und Tobi, wer ist es so im Jenseits mit mir? Warum redet ihr, Mann? Ja. Ja, wir sind Spectator. Wir sind ja... Nee. Definitiv bin ich das. Ich geh jetzt ein Video disliken, Curry. Was? Was? Ernsthaft, das bringst du dir jetzt wieder oder was? Disliken gleich mein eigenes Video, Mann. Hast du sonst keine Hobbys? Ich geh dein Video disliken, Curry. Dein Video geh ich jetzt disliken. Warte. Willst du vielleicht noch sagen, dass die Leute das auch machen sollen? Nein, die Leute nicht. Wie beim Sascha einmal. Ja. Da war es aber auch berechtigt, Sascha. Überhaupt nicht. Weiß ich gar nicht mehr, was war denn da überhaupt? Wie läuft denn Sascha? Sascha ist für mich wie so ein Bro, weißt du? Ja. Ja. Hey, da schießen Leute rum. Das war der einzige. Da schießen Leute rum. Ah, ah. Wow, wow. Kacke. Schießen Leute rum, Mann. Scheiße. Ey. Kacke, Mann. Ey, jo. Komm mal runter, Dave. Hallo. Nur weil du jetzt die 10 Abos bekommen hast. Ja, und? Nein. Komm runter, Dave. Jo, Bonze. Ach komm, ey. Mach'n der Abojäger da oben, ey. Das hier, da oben. Das ist abgehoben. Das ist das, was ich von euch halte hier. Abgehoben. Ey, Sascha. Das halte ich von euch hier. Hallo Sascha, Mann. Oh, nein. Ach, komm. Ey, Kevin, du bist zu mir oben abgehoben. Ich bin oben abgehoben, ey. Schau mal die kleinen YouTuber da unten. Geil. Wo denn? Ich bin oben abgehoben. Ich weiß es nicht. Ich bin oben abgehoben. Dennis, wie ist das so im Jenseits? Ey, pass mal auf, wie der läuft, Mann. Pass mal auf. Pass mal auf, Matta. Geh weg. Nein. Warum verlöst das du? Ja, scheiße, ey. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Curry bist der Traitor aller schlechter Zeit. Ja, was denn? Bist du dumm oder was? Was denn, was denn, was denn? Ja, wann soll ich den in den Killingen, Alga? Was denn, ey? Yo, TTT, o je, mini. Ey, könnt ihr mal aufhören, jetzt? Was ist das denn hier? Gepömpel und gepömpel hier bei TTT, Mann. Ich bin den Arsch ausgepömpelt. Äh, Atomfurze. Das war Hot Racer aus Star Wars Episode 7, oder? Ey, ich hau dich, Bonze. Juhuala. Episode 1. Bonze hat schon die Planung. Aufhören, aufhören. Das ist ja wohl der Witz. Ich hab 25 abgetogen bekommen. Aaaaah. Mann! Du Eiler. Fazed mal was mit dir. Curry ist tot. Ey, Curry liegt hier. Fuck. Komm, Tobi. Curry liegt hier. Wuhuhuhuhu. 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 Wuhuhuhu. Wuhuhuhu. Wuhuhu. 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 Nein. Keine Waffe. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Brauchst du denn eine? Noch guten Tag, Herr Beard. Ja, liebe Community. Ich hätte mal gerne eine Frage an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr es mit einem oder zwei Trader besser findet. Würde mich mal interessieren. Haut's in die Kommentare. Der Bronzer wird wieder durch hier. Oh, Hilfe. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Hilfe. Tobi, warst du da? Tobi, warst du da? Weißt du, wie viele Leute tagtäglich angeschossen werden? Tobi? Space? Pass dich mal bitte weg. Dennis oder Tobi haben mich angeschossen, Leute. Klar, ich habe dich mit meiner Crowbar angeschossen. Ja, ich habe auch eine Crowbar. Ich habe eine Crowbar. Ich habe eine Crowbar. Dann war es Dennis, ne? Tobi und ich habe eine Crowbar. Tobi, guck hier. Ja, Dennis hat eine Crowbar. Der Bronzer wird scheißerzählt, ey. Ohne Witz. Ja, Ren, bitte. Hauptding. Man kann es mal weggehen. Was denn? Wie bitte? Dennis hat eine Crowbar angeschossen wahrscheinlich. Hey, ich hatte eine Crowbar, Junge. Bist du doof? Ja, als 20 habe ich. Ja, die hast du ihm einfach wie aus dem Arsch, oder was? Ja, vielleicht, Bronzer. Man weiß ja nicht, was dein Kritisch ist. Ja, ich habe mich nicht erfüllen, Dennis. Was machst du denn da? Oh, Alter. Hallo, Kevin. Yo, Tobi. Was ist mit ihm los, Alter? Bronzer? Ja. Bronzer lebt noch. Ja, Tobi. Ich schleine hier über den Boden, Mann. Wie so eine Schnecke. Ich weiß nicht, wohin. Ich wollte mir gar nicht die Granaten hinterherwerfen, Alter. Tobi, ja, der Witzel. Der, Kevin, äh, der bewegt sich mit der Zunge fort. Wegt sich über den Boden. Das ist übrigens neulich. Ahhhh. Bronzer, Leute. Alter. Oh, Dennis, habe ich ja gesagt. Alter. Oh, brennt's. Findet keine Waffe, ne? Gemma Otataros. Nee. Alter. Ich hab' dich geschossen. Ich hab' dich geschossen. Ich hab' dich geschossen. Hast du mich vorhin angeschossen, Taros? Ja, ich hab' dich mit der Crowbar einmal gehauen. Ach so. Oh. Ich hab' vollkommen ungewühlt. War das? Ich hab' dich doch richtig. Ich hab' noch drei Leute. Ha! Bronzer! Juuu! Nice! Das ist meine Raumstation hier, Leute. Wenn ihr, wenn ich das sag', dann fliegt ihr runter. John Shepard! Warum, wer sagt das denn, Bronzer? Wer ist denn, Bronzer? Wer ist denn, Bronzer? Ich bin der Commander, Mann. John Shepard! John was? Bei dir Shepards im Kopf, Alter. Hey, aus dem Weg, der ist! Aua! Aua! Gorbatschow, open this gate, please! Okay, aufhören zu Schlagen in 1. Okay, gut. Ach, Mann. Mann, du! Mach' mal das Tor auf, bitte. Ja, wir brauchen... Da hinten steht jemand, der die ganze Zeit... Dankeschön. Wer war das dahinten? Ach, Mann. Boah, Patrick, Alter, was war das denn? War'ne Waffe. Ja, guck mal, wie du mit... Ich hab' nur noch 23 HP gegen dir, du Idiot. Was? Was? Ich hab' doch gegen die Decke geschmeckt. Patrick ist Traitor, Mann. Der hat mich voll angeschossen. Ich hab' nur noch 23 HP. Guck! Mach' mal den Mund leer da. Kannst' auch zu Ende bringen. Wieso hast du den angeschossen? Ja, der ist Traitor. Glaub dir das eine... Ich hab' gegen die Decke geschossen. Alter, du hast mich voll angeschossen. Ja, wenn du in mich reinläufst... Oh, Alter, hier ist ein... Oh, Alter, hier ist ein richtiger... Leute, der Patrick ist Traitor... Ja, komm. Ist auch nix. Ist der Traitor? Ja, warum tötest du die dann nicht? Weil ich keine Waffe finde, du Hobbit. Ich such' doch... Ja, ich geb' dir meine, komm. Okay, gib' her. Was sag' dir meine Verteidigung, Payset? Ich hab' gegen die Decke geschossen. Ich find' einfach... Jetzt hab' ich eine gefunden, ey. Dann ist der Dennis... Okay, jetzt kannst du ja den Patrick töten, ne? Ne, im 16 hab' ich jetzt. Bist du... Bist du in Payset reingekommen, Dennis? In Payset. Nein, der Patrick hat mich angeschossen. Ich hab' nur noch 23. Ja, ja. Und dann hat... Leute... Ich auch. Hört zu. Und dann hat der gesehen, dass ihr alle da wart. Und dann hat der aufgehört. Ich glaub' dann ist der Straitor. Mach doch Straitor. Dann macht er was er wollt. Straitor? Galaktisches Tribunal wird einberufen. Ja, weil ich euch nicht trau', ihr Straitors. Weil der wieder labert. Tobi, der Patrick ist Straitor. Pass auf. Erschieß ihn doch! Der macht sie ihn. Ne, dann krieg ich wieder Hate, Alter. Glaub ihm nicht! Dann krieg ich wieder Hate. Dann krieg ich echt wieder Hate, oder was? Ich bin Zeug, dass der Patrick hochgeschossen hat. Siehste? Patrick, du bist Straitor. Ja, glaub was du willst, Patrick. Ich erschieß ihn jetzt aus dem Weg. Glaub was du willst, Patrick. Die Jury... Wenn ich mit in der Menschenmenge auf Dennis schieße. Oh! Dennis ist ne Bombe! Wo denn? Wo denn? Dennis ist da unten drin. Dennis ist da unten drin. Wie sagst du das? Dennis ist es selber. Dass er so sehr ist. Dennis, ey. Oh Mann. Ich hab ja gesagt, das Tribunal hat für... Weg vom C4. Weg vom C4. Weg vom C4. Ja. Wo sind C4? Ja, das lag doch da grad am Tor, Mann. Da hinten am Tor. Scheiße, scheiße. Dann ist der Patrick. Davos, komm hier zurück. Zurück. Dennis ist hier drin. Rechts am Tor ist es. Am Tor. Der hat ja alles mit Sprengkonten wollen. Tobi! Bisschen Angst, Mann. Der ist hinten drin. Ich seh die Dinger doch. Der Tayo. Oh. Ey. Leute. Dennis, Tobi. Tobi und Bronzer, kommen zurück bitte. Hammer Teile. Walter. Was ist denn, Mann? Komm mal zurück bitte. Weiß nicht. Wer hat denn die Tür da gerade zu? Fast da. Weiß nicht. Die feilen da voll. Ja, helf uns mal. Ja, wohin denn? Ich bin schon unterwegs. Tobi war vorhin unbewahrt. Unterwegs. Und wer ist Traitor? Patrick ist tot. Oh Mann, Patrick. Mann, ich hatte es an die Taurus. Das war nice. Hat den Patrick noch getötet. Ich habe den Patrick nicht getötet. Was ist die Armbrust, Dennis? Ja. Hallo Bronzer. Hier liegt er. Der Taurus hat die Armbrust tatsächlich überlebt, der Drecksack. Taurus ist ein ganz harter. Was macht ihr denn hier gerade? Kuscheln oder was? Der Tobi steht aber und kriegt einfach so einen auf die Mütze. Kommt mal hier, Sascha. Oh, danke. Scheiße, Mann ey. Richtig ärgerlich. Ich bin in letzter Zeit ein schlechter Traitor. Ein Straitor, wenn der Partner sein will. In letzter Zeit? Oh. Straitor? Straitor. Ja, ein Fass für euch. Bitte? Oh, niemand von euch. Ihr Traitor. Patrick wirst du schon wieder kein Traitor. Ach, nein. Ich war irgendwie in den letzten Runden zehnmal oder so. Was war das? Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss. 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 Wo ist das denn? Tschüss. Schick mich jetzt hier unter die Tür, Dohiyalai. Was? Du kannst jemanden damit lieben, ne? Wer war das? Echt? Scheiße. Komm, ey. Wo ist das Fass hin? Tobi glaube ich so, dass der Traitor ist. Weggerollt, Alter. Was? Na, ja klar, weißt du. Du hast das zugegeben. Ja, das ist einfach so eine Attic. Töte mich doch. Töte mich doch. Tobi. Tobi. Tschüss. Tschüss, Alter. Tschüss, Alter. Tschüss, vereint man. Boah. Uuaah. 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 Ich hab's genau gesehen. Bin doch nur ich. Was denn? Ich hab's genau gesehen, was du da gemacht hast. Tobi, du hast jetzt gar nicht weglaufen. Uuaah. Uuaah. Alter, ich wurde in Tobi katapultiert. Uuaah. In Tobis Arsch oder? Nein. Also an den Rücken. Uuaah. Uuaah. Geh mal ein bisschen tiefer rein in der Curry. Uuaah. Das war ein Shotgun, weißt du, aber jetzt nicht mehr. Hier, ich hab, ich weiß, wo die ist. Hier, Tobi, komm mit. Babygun. Was denn? Schieß mal. 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 Schieß mal, ey. Also Tobi ist es auf jeden Fall. Lass ihn uns holen. Tobi. Tobi, you are a dead man. Bist du bereit, Taurus? Tobi da, Thor. Ich bin sowas von bereit. Wir müssen kämpfen, um zu überleben. Bereit wie noch nie. Hinten, hinten. Pass auf. Ne, warte mal. Wir gucken hier. Wir gucken jetzt die Kamera, wo er ist. Vorsicht, man. Vorsicht. Vorsicht. Er steht direkt dahinter. Pass auf. Oh. Alter seid ihr doof, Bronze? Ich bin das. Du bist das, Alter. Du Spacko, Alter. Der schreicht sich da an, der Junge, ey. Hä, ist das... Wer ist denn das jetzt, man, Mia? Tobi, oder was? Du bist ein Holz. Kommt, Bronze, ganz ehrlich. Oha. Wo ist der Tobi denn? Taurus, wo ist der? Ich weiß nicht, Tobi war meint, ich bin so oben gemiet. Ne. Folget mir. Tübchen. Tübchen. Alter. Pfff. Der ist grad zu viel oben gegangen, Mann. Alter, was war das denn, Tobi, Mann? Nice, Mann. Wir sind heute Taurus auch immer so... Wegen Tobi ist kein Kraut gewachsen, Alter. Der Tobi rasselt aus heute, Mann, der echt. Ja, ist geil. Tobi, Alter. Aber eskalier dir bei TDD über den Armut her an. Wie ich den Curry, Alter, das hat mir schon ein bisschen leid gemacht. Ey, du bist so ein Wichser, ne? Du bist so ein Wichser, Alter. Ist das passiert? Hat der Tobi gemacht? Ja, er hat mir doch so schön gezeigt, wo die Shotgun liegt, weißt du? Und ich heb die auf und knall die halt ein, Alter. So, weißt du? Voll hasse ich einfach. Ja, jetzt sind wir mal mit der Balle, weil er die Ammoderation machen wollte beim Weißen Haus. Ich sag so, ja stell dich mal dahin, sieht cool aus. Und schieß den Knaller in den Kopf, so, weißt du? Wie der sich aufgeregt hat. Ich hab nur gehört... Kannst du nicht senden. Ne, ich hab nur gehört... Aua. Dennis. Boah, aber I, was fantastisch. So, du... Was denn? Dennis, ich hau dich jetzt. Curry? Wo ist die Shotgun? Wo ist die Shotgun? Alter, du hast mich gehauen. Ja, du mich da auch. Hör auf, du. Curry, Curry, lass reden. Schleg rein. Curry, lass reden. Wo kommt ihr denn hier, Alter? Was ist das denn für eine He-Man-Gruppe hier, Alter? So schön in Dreier-Formation, ne? Oh! Oh, Curry, Alter! Ich hab's noch. Ich hab's noch. Alter... Ja, super. Alter, hältst du jetzt mal die Fresse, Mann? Boah. Reißdrecksrund, Mann. Oh! Oh! Curry, Alter! Curry, das kenne ich dir richtig. Der Bug wird nicht mehr ausgefüllt, Mann. Was ist ausgefüllt? Der Bug wird nicht mehr aufgefüllt. Was? Ach, halt doch die Schnauze! Was redest du da? Was für ein Bug wird nicht aufgefüllt? Komm mal her, ich erschieße dich jetzt. Deine Runderschüssel, oder was? Oh, Bronze. Heißt du, Bronze braucht ja nochmal Asyl der Hatzer, ne? Ja. Musst du jetzt einen Antrag stellen, oder was? Damit du ja wieder ausrastest. Genau. Ich geh'n unter der Brücke, wenn du willst. Oh, Tobi. Oh, Tobi. Oh, Tobi. Willst du den Shotgun haben? Ja, zeig mir mal den Shotgun. Kann dir den direkt ins Gesicht bringen? Curry, komm mal her. Ich hab ja noch einen gut hier, ne? Komm. Tobi, hier ist der Shotgun. Hallo, Curry. Hier ist der Shotgun. Hallo, Curry. Oh, bitte. Kann ich den Curry jetzt in den Kopf schießen? Danke. Ja, mach doch. Ich würde den Curry jetzt gerne abknallen. Guck mal, wer sitzt da hier, ne? Ey! Alter! Ich hab nur noch elf. Alter, du hast auf mich geschossen. Tobi, der ist Traitor, pass auf. Warte, Curry, lass mal ruhig. Ja, erschieß mich. Curry, warum hast du auf mich geschossen? Alter, weil du scheiße bist. Okay, das ist ein Grund. Nein! Ich hab nur noch elf. Ich darf jetzt auch was abziehen. Dann zieh mir aufs Bein. Wie viele hast du noch? 20. Guck, wir sind alle hier zugucken. Du hast gar nicht 20. Komm. Kletter's, kletter's. Der ist jetzt gleich tot, Alter. Ich will rein da. Dach doch mal, jetzt ehrlich. Wie viel hast du denn noch? Geh weg von mir. Ich mach auch mit der Crowbar. Geh weg von mir. Will ich sehen? Ich schwör, ich erschieß dich, ne? Ja, komm her. Ja, sag doch einfach, wie viel du noch hast. Geh weg von mir, Curry. Curry ist später. Guck, wir sind dem Curry alle hinterher in die He-Man-Gruppe wieder. Dennis, jetzt sag doch mal bitte. 60 hab ich. 60? Ja, gut, dann kann ich. Erschieß mir einmal ins Bein, Curry. Boah. Jetzt hab ich nur noch vier. Oh, scheiße. Wie viel hast du denn? Alter, ich hab elf. Ja, komm her. Du musst auch vier haben. Ich hab elf. Das klappt niemals. Ich hab elf. Komm her, Curry. Ja, ich rief mich halt. Komm. Alter, Dennis. Alter, Dennis. Entschuldigung, Curry, das war so verlockend. Alter. Alter, Dennis. Also, ich bleib jetzt bei Dennis. Ja. Bei Dennis. Curry, das war für den Hundespruch, ne? Was ist Bescheid? Ey. Curry. Alter, ey. Komm, willst du alle hinterher rennen? Darf ich mal meine Crowbar an dir ausprobieren? Ja, hau mal. Nein, nein, Tobi nicht. Dann bin ich tot. Ja, ich weiß. Ich bin da. Ich bin undercover. Ich bin undercover hier in meinem Room, Alter. Das laggt. Curry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Curry. Ich schieb dir einen Ehrenwertenplatz. Warte mal, Tobi. Ich schieb den Curry in den Ehrenwertenplatz. Warte mal. Guck mal den Curry denn hier. Bunkern. Warte mal, Curry. Mach da das Tor wieder zu. Wo können wir denn Curry? In der nächsten Rolle bist du tot. Hallo, Patrick. Hey. Hast du das? Oh Curry, wo tun wir dich denn hin, du kleiner, geiler Bock? Hey, wo haben wir denn schöne Plätze für dich? Hier vielleicht? Ey, warum macht er alle Türen zu? Weil der Curry jetzt vergewaltigt. Ja. Ja. Genau wollte ich das gar nicht wissen, ey. Oh, Taros ist rausgeflogen. Haben wir gerade gesagt, das Spiel ist abgestört von hier. Oh, shit. Ach, Taros. Was ist das hier, Patrick? Hm? Was? Guck mal, Tobi, wie der hier rumfliegt. Ich mach gar nichts. Guck mal. Geil. Das ist ja witzig. Also irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass Dennis Traitor ist. Nee, ich bin kein Traitor. Ich bin einfach schießend. Ich bin kein Traitor. Sascha ist es nicht gewesen. Hab ich ja auch mal so gemacht. Nö. Okay, okay. Das war jetzt mein Experiment. Ja, sonst wär's ja schon zu Ende. So. Werde die Runde mal? Eben nicht. Ich bin gerade am Joinen. Finde ich nicht so und auf jeden Fall. Alter, Dennis. Toll. Tobi, was ist da los? So. Da bin ich weg. Leichenschänder. Boah. Geh weg. Wenn das mal nicht der Dennis war gerade. Ja, eine Grenade in die Disco hab ich geschmissen. Was ist an Disco so schlimm? Es ist ein bisschen knapp, Dennis. Oh, die Zeit läuft, ne? Ja, okay, wen soll ich töten? Komm, einer darf sich aussuchen. Patrick? Soll ich dich töten? Oh, Patrick hat die Silent Waffe. Guck mal, wer er zielt! Hä? Patrick, du Traitor! Der Patrick ist so Traitor, ne? Der Patrick ist Traitor, hundertpro. Der hat die Silent Pistol. Du hast die Silent M4, du. Ja, dann nimm nochmal den Stick. Nimm nochmal den Stick. Hier, da. Schieß mal. Jetzt, aber du hast noch eine M4. Ja. Tobi, der ist Traitor, man. Pass auf. Der hatte gerade die Silent M4, der Dreck sank. Ja, hier. Ja, dann werfen wir die Crowbar hin, die du hast. Oh. Patrick, Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick, der war nice, Alter. Aber du hattest echt die Silent M4, ne? Nein, hatte ich nicht. Okay. Du wolltest mich mit der Crowbar ummachen, weil ich nur noch 4. Ja, ja. Ich dachte, das wäre dann nicht aufgefallen. Du bist hier weg, hier. Ja, du hast mir außer Seelf gekauft. Ja, das war eine neue Runde TTT, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Übermorgen geht's weiter mit Trouble in Terroristown. Ja, da gibt's Trouble. Trouble in der City. Ach, ja. Currywurst. Curry. Currywurst. Ciao. Bis dann. Ciao. Diese Folge wurde übrigens präsentiert von Wiener Wüste. Dann damit.